I think the profession really sucks. Aber sag einmal, welches Krankheit gehe ich denn an Grund darauf, dass ich das beauftragt hätte im Jahr 2016, wo der Shelley Finanzminister war und weißt also, mir tut es eh leid für dich auch, keine Frage und so, ich finde nur, ich finde nur so skurril, wie kann man, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt und ich hätte das angeschubst, das verstehe ich natürlich nicht. Naja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendwie etwas, was ich kann dir das nicht konkret beantworten. Man stellt da irgendwelche Rechnungen auf und gibt so eine Chine. Also ich finde einfach so eine Freche, dass man mir das unterstellen kann. Ich kann dir dagegen wie explodieren. Ja, ja. Ich kann einfach irgendwie die ganze Zeit überhaupt nicht mehr laufen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Brüder, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe doch nie irgendwie, wir haben doch einen Auftrag gegeben oder wir haben doch nicht einmal über Inserate oder in sowas geredet oder doch nicht, oder? Also ich habe doch nie gesagt, du sollst der Beinschub auf irgendwelche Auftrags. Und ich kann einfach nicht ein paar Leute haben, oder? Ich kann einfach nicht mehr so, dass ich mich darum gerne auch irgendwie habe. Ich muss gerne sagen, wenn ich sage, wenn ich unsafe oder zu antreten, dass ich einen Und man, dass diese Deputifutum, diese Wissenschaft, auch in Ununderschnitt gibt. Also, und deshalb, du bist die Fälle, die Wegwerke. Mensch, wir haben unsere Wien zurück. Gott, wir danke dir so sehr für mich. Gott, wir bedanken dir so sehr für dieses Mann. Für diese Mann. Für den Rüsten, der Bemerkunde. Für die Weisheit, die du ihm gegeben hast. Für das Herz, das du mit ihm hast für dein Volk. Wir beten und wir danken dir das Gerechtigkeit. Die Leute lieben Verschwörungen und Wunderungen. Die Menschen, die Menschen sind so oft und tun so. Ich bin kein Platzhalter. Das ist irgendwie das Ding, dass die ja ihre eigene Geschichte zusammenbauen. Vielleicht ein bisschen drüber, aber geil.